Hier ist die Maersk, Alabama. Wir sind ein unbewaffnetes Frachtschiff. Wir haben einen potenziellen Piratenkontakt. Verstanden, Alabama. Sagen Sie Ihrer Crew, dass Sie die Löschlöuche vorbereiten sollen. Das sind sehr wahrscheinlich nur Fischer. Das sind keine Fischer. Herhören. Wir wurden von bewaffneten Piraten geändert. Wir bleiben versteckt, egal was passiert. Ich will keine Geiselnahme. Wir verriegeln alles, lassen uns treiben und warten auf Hilfe. Bleibt zusammen. Hier kommt der Heil raus. Wo ist die Crew? Ich weiß es nicht. Glaubst du mich spielen? Glaubst du mich spielen? Nein, wenn ihr jemanden schießt, dann nicht. Sieh mich an. Ja. Sieh mich an. Ich bin jetzt Kapitän. Ein Minute. Ich töte alle eure Freunde. Ein Minute. Nein, Captain, steigen Sie da nicht ein. Wir müssen sie von Baut schaffen. Aber nicht so. Ihr könnt die Navy nicht besiegen. Ich bin schon zu weit gekommen. Ich kann nicht aufgeben. Es muss doch noch was anderes geben, als Menschen zu entführen. Vielleicht in Amerika. Vielleicht in Amerika. Nein, 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 nein. Captain Phillips, hören Sie mich. Captain Phillips, hören Sie mich.